moin leute und willkommen zurück zu warframe mit unserem kumpel simaris und wir spielen wieder als wisp so wir haben uns hier schon wieder ein ziel abgeholt wir dürfen heute vier mal ballista scan das heißt wir kriegen wir ordentlich ansehenspunkte dafür dann 10.000 als belohnung 800 endo da müssen wir jetzt mal gucken bei den missionen da gibt es zwei zur auswahl so ich glaube die sind beide jetzt nicht so interessant wir haben einmal auf der erde kommen wir hier auf dem mantel da springen wir mal rein nichts besonderes weiter los und wie liegt öffnen oder und was anderes nebenbei und hier gefangen aber erst mal da haben wir schon eine spur zu uns auch wieder so eine mission wo nicht unbedingt wo nicht unbedingt glaube ich das ziel kommen muss so wir wollen uns erst mal die gefangen haben ist ja schon kaputt mal gucken wo wahrscheinlich gehen hier die spuren dann auch gleich weiter oder der steht hier gleich schon wer durch hallo level 46 reaktion 0 so tun wir hier noch was für die night wafer so dann sind wir hier schon durch hallo level 46 reaktion 0 so dann sind wir hier schon durch hallo level 46 reaktion 0 so das war wirklich schon durch das ging fix das ging richtig fix ja das war knapp aber richtig knapp eine minute 48 das ging schnell so gucken wir uns jetzt noch die andere mission an also vom geschwindigkeitsfaktor her wäre die jetzt auf jeden fall so ok so die nächste wäre Ceres und dann war hier glaube ich gefangen haben wir noch genau lieber hier noch mal rein hier ist jetzt auch nichts besonderes los das einzige wäre hier dass wir hier noch urukin zellen bekommen aber mehr immer hier diesmal beim scannen nicht zusätzlich wieder grineer so brauchen wir unseren scanner da war unsere spur wo die hauen mich so schild haben sondern nicht wo die hauen mich so schild haben wir noch nicht so müssen wir jetzt hier noch weiter ist hier nichts zeigt keine spur mehr an wo waren die letzte spur hinten und wo noch da ist die spur hier ist die spur ja so das heißt diesmal sind wir ab vom schuss so fangen wir mal diesmal am po an knie achsel hier so aber wenn es die night wave durch so müssen wir jetzt hier zurück so vor der map her ist natürlich das auf der erde angenehmer ne und wo an diesen blöden ecken hochklettert wahrscheinlich haben wir den meisten damage bekommen weil wir und welche tonnen kaputt gemacht haben so wir kriegen jetzt hier ein paar mehr credits aber eigentlich ist das glaube egal was wir machen 3900 ansehen bekommen so würde ich sagen wir wiederholen die jetzt noch mal und zum abschluss gehen wir wieder auf die erde kriegen ja bei beiden jetzt ganz normales loot mal noch mal gucken ob wir auf der erde dann danach nämlich wirklich das glück haben dass er direkt wieder da ist die spur wird jetzt bestimmt drüben gleich wieder wechseln die spur ist jetzt bestimmt außen rum gegangen hier ist eine spur so und dann geht die hier wahrscheinlich auch einmal außen rum hier haben wir wieder wieder eigener damage spurs wieder ein bisschen weg könnte hier oben weiter gehen die spur also hier ist auch das ziel geht zumindest diesmal die gleich richtung knack knack das heißt die spur nicht also wieder weg vom weg das ist ja doof knack so der damage bekommen hier haben wir jetzt auch kein zählen aber drei stück durch haben wir da schon zwölftausend punkte und drei skins also hier brauchen wir auch ein bisschen länger als auf der erde anscheinend müssen wir mal jetzt noch mal auf der erde testen mal spannend ob da wirklich das ganz hier kommt so rein in die erde so zeige ich schon wieder vergessen mantel war das noch man mantel mantel ist ein speed skater nicht ausgerüstet Wir haben keinen Scan hier. Wir haben keinen Scan Dings. Okay also ist hier wirklich keine 100% Chance. Das ist interessant. Gehen aber nochmal rein. Mal gucken. Mission wiederholen. Das ist ja ... Intensant. Das heißt dann wird Lex auf Ceres, das ist dann doch die bessere Wahl. Jetzt machen wir einen. So, da ist noch die Spur. So, wo du verlangen? Die Spur geht hier auch noch weiter, das ist gut. Was war denn das gerade? So, hier könnte es jetzt natürlich woanders lang gehen. Geht es aber nicht. Geht ruhig hier weiter. Haben wir den jetzt hier im letzten Raum irgendwo. So, haben wir jetzt das im Stehen losgeworfen? Knack und knack. So, 3.918 Points. Aber die vier Scans durch. Ja, 1,52. Aber vom Gefühl her geht es schneller. Aber wenn wir natürlich bedenken, dass wir dann nicht immer ein Ziel bekommen. Was ist das dann? Ja. Aber er ist zumindest immer auf der Strecke. So, dann wollen wir nochmal zu Herrn Simares. Und unsere Punkte abholen. Ja, ich habe die Synthese abgeschlossen. Das werden wir tun. So, 10.000 Ansehen. 800 Endo. So, dann haben wir 90.000 Ansehen wieder. Und dann wollten wir das Futura-Szene-Farbschlüsse. Und dann noch nachher dann die zwei Konsolen. Und dann müssen wir auch mal gucken, was wir hier vielleicht noch gebrauchen könnten. Gut, dann ging es für vier Scans doch relativ fix. Und dann sind wir hier wieder durch. Wie immer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Like da lassen. Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal spitze. Bedanke mich. Tschüss.